Hallo und herzlich willkommen zu The Secrets of Monkey Island Special Edition, was einfach nur gespollen ist für die überarbeitete Version. Und zwar den dritten Teil von diesem Spiel habe ich gespielt. Ich habe es geliebt. Den ersten und den zweiten Teil kenne ich nur mehr oder weniger. Da habe ich nämlich früher am Amiga zugucken dürfen, wenn mein Bruder das gespielt hat. Ganz liebe Grüße mal hier an dieser Stelle. Und ich fand einfach immer den Witz von den ganzen Aufgaben, die man hier machen muss. Das war so ein meiner Meinung nach genialer Humor. Man muss wirklich teilweise so um die Ecke denken, um zu einer Lösung zu kommen. Das finde ich hier richtig klasse. Und ich habe mir gedacht, als ich das hier gesehen habe, ich besorge mir einfach den Teil mal und spiele ihn jetzt mal selber durch. Ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr wirklich, was da drin vorgekommen ist, was da passiert ist, was ich an den einzelnen Stellen machen muss. Deswegen ist es für mich jetzt eigentlich ziemlich neu. Und dann geht es auch direkt mal los. Die Classic Edition ist nur auf Englisch erhältlich. Alles klar. Okay. Untertitelung. BR 2018 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 Die Einzelspiele mit den besten Soundtricks, die ich je gehört habe. So, wie ist das jetzt? Ah, okay, so ist das hier jetzt mit dem Steuern. Ein bisschen anders als früher. Hier ist auch schon die Scumbahn, die wir rein sollen. Ach ja, Erinnerung. Reden mit... Ja, mach ich doch einfach mal. Hm, mein Name ist Skybrush Freeput. Bin neu hier. Sind Sie ein Pirat? Darf ich in Ihre Crew? Wer hat hier das Kommando? Nicht mit dir zu plaudern. Ich weiß es noch nicht genau, wie ich es machen soll. Sagt mir, ob ich das vorlesen soll, hier unten, die Möglichkeiten, die hier stehen, oder ob ich einfach irgendwas aussuchen soll und anklicken soll. Das könnt gerne ihr entscheiden. Ich nehme jetzt mal das hier. Und wo kann ich den Gouverneur finden? Gouverneur Marley. Okay, er hat mir gesagt, ich... Ich soll mit dem... Ja, werden wir haben. Er hat gesagt, ich soll mit dem... ...Pirat im nächsten Raum sprechen. Oh, was ist bisher, wenn ich mit dem Hund rede? Äh... Wuff, arff, wuff, grrrr, okay. Das war auf jeden Fall ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Ah, das hier werden wohl die drei sein. Die Piraten. Geht, so wichtig wirken den Piraten. Okay. Ich will die Party. Wie einfach... Was ist der? Wut bin ich, Tut mir. A, nicht vergessen, dass wir uns zu bieten von Hilfe, wegen dieser H quizzerren-Geschön. Wie? Wie? Nicht Piraten betrifft keinen Schwag. Und kein Schwag betrifft keinen grog. Und wir sind gefährlich, dass wir die GrohlISH. Also... Hmm. Hast du irgendwelche besondere Werte? Ich kann meine Werte für 10 Minuten halten. Na gut, aber du bist nicht ein Pirat, nur indem du sagst. Du musst durch... ... die 3 Träte! Uh, welche 3 Träte sind diese? Es gibt 3 Träte, jeder Pirat muss passen. Du musst du die Räume, und die Art der Fieberie. Und die Quest. Der was? Schraubmutter, du Seeurchen. Genau! Du musst sich selbst prüfen in jede dieser 3 Räume. Schraubmutter, Schraubmutter und Schraubmutter. Dann zurück mit Proof, dass du es getan hast. Und dann, du musst Grog mit uns trinken! GROG! Dann würde ich sagen, möchte ich als erstes mal wissen, was es mit der Fechterei auf sich hat. Ich werde dir mehr über die Räume über die Räume über die Räume. Erstens, hier ist dein Räume. Du musst du und schraubmutter die Räume, Herr Herr. Niemand in der Stadt kann wahrscheinlich dir das. Oh! Du willst du jemanden, um dich zu trainieren? Ha ha ha! Imagine, dass du mit dem Räume über die Räume über die Räume, ohne irgendwelchen Trainings. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Die Kunst des Diebstahls! Ooh da! Die Kunst des Diebstahls. Die Kunst des Diebstahls! Du musst du einen kleinen Haus mit dir für uns, fünfmal Satie. Der Idle of many hands! In der Herrsén. Der Herrsensherr! Der Herr Schraubf Games, in der Herrsennunen! Der Herrschreie, in der Herrschreie, in der Herrschreie. In der Herrsennunen in der Herrschreie! Der Schraubf Garten! Du musst die الرäume über den Mannen, natürlich! Der Schraubf Garten der Herrschreie, der Herrschreie, der Herrschreie, der Herrsennunen hier! Vielleicht kann ich sie mit irgendwas betäuben. Ich hab da schon so eine Idee. Vielleicht hilft da ja Grock. All you must do is find the legendary lost treasure of Melee Island and bring it back here. Should I have a map or something? Well, you can hardly expect to find a treasure without a map. And don't forget, X marks the spot! What's in that grog stuff anyway? Grog is a secret mixture which contains one or more of the following. Kerosene. Propylene glycol. Artificial sweeteners. Sulfuric egg. Rum. Acetone. Bread dye number two. Scum. Axel grease. Battery acid. And or pepperoni. As you can probably imagine. It's one of the most costic, volatile substances known to man. The stuff eats right through these mugs and the cook is losing a fart and replacing them. Wie können die das überhaupt trinken, ohne ihn direkt umzukippen? War das letzte auch mal noch? Ja, gut. Geht's hier in bestimmt in die Küche oder so? Du kannst hier nicht zurückkommen. Du kannst hier nicht zurückkommen. Du kannst hier nicht zurückkommen. Kann ich die vielleicht hier irgendwie wegkriegen? Ich muss sie doch hier irgendwie wegkriegen können. Ist hier vielleicht irgendein Beil oder so, womit ich die vertreiben könnte? Ich weiß nicht, ob ich jetzt momentan groß irgendwas anderes machen kann. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder raus hier. Ich hatte ja gehofft, vielleicht Grog zu finden. Moment, Tür zu machen, da fällt es nicht so auf. Mit dem hier könnte ich anscheinend noch reden. Probiere ich das direkt mal noch? Vielleicht kann der mir ja sagen, wo der Trainer fürs Fechten ist. Das würde mich auch mal noch interessieren. Warum die Piraten nicht zum Governor... Warum die da nicht willkommen sind? Was ist so schrecklich über diesen Lechuk? Lechuk war ein furchtiger Pirat. Er versucht, zu impressieren den Governor, um zu spätigen, um zu finden, ein secret. Ein Mongeyei hat. Aber ein mysteriösser Sturm kam und schickte seine船. Wir haben keine Survivors. Wir haben gedacht, dass das Ende der Füße von Piraten. Wir haben gesagt, wir waren falsch. Was ist dann passiert? Er ist noch nicht so, dass es die Wasser zwischen hier und Monkey Island ist. Er ist ein Schiff, der Terror auf dem Meer ist. Das ist warum wir alle hier sind und nicht Piraten. Ah, super, vielleicht kann der mir sagen, wo ich den Grog herbekomme. Ich muss mir einen Krug suchen. Die haben auch keinen Krug mehr. Dann wird es doch wohl irgendwo einen Krug geben. Ich habe aber auch eben in der Küche keinen gesehen. Egal, ich gehe jetzt erstmal hier raus und gucke mal, ob ich den Fechttrainer finde. Ja. In der Zwischenzeit, deep beneath Monkey Island, der Ghost Pirate LeChuck-Ship liegt in einem Räuber von Lava. Oh. Captain LeChuck, Sir. Ich... Ah. Da ist nichts wie die heiße Wind der Hölle, die in deinem Gesicht. Oh, Sir. Nichts wie es. Sir, ich... Es sind die Tage wie diese, die dich glücklich zu sein. Oh, ja, Sir. Glücklich zu sein. Wir sind glücklich zu sein, richtig? Oh, ja, Sir. Ich fühle mich so glücklich, dass Sie mich verletzten, dass Sie mich verletzten und mich verletzten und alle auf dem Bord. Ja. Ja, Sir. Glücklich. Das ist glücklich. Schön, dass du es. Jetzt, was mich für was, was Sie mich verletzten? Ah, ja, Sir. Na, du siehst du, wir haben ein Problem auf Melee Island. Problem? Was mögliche Problem könnte es sein? Ich habe diese Piraten so Angst vor dem Meer, sie sind Angst zu nehmen. Na gut, es gibt einen neuen Piraten in der Stadt. Eigentlich ist er ein Piraten-Wannabe. Junge. Ungefährlich. Wahrscheinlich nichts zu beschäftigen. Ich weiß nicht warum ich dich in der Stadt. Ich werde ihn selbst beachten. Ich werde mich selbst beachten. Warte! Ich werde das persönlich behandeln. Meine Pläne sind zu wichtig, meine Amateurs zu verletzen. Ja, Sir. Das scheint mir so, als ob wir schon bald Bekanntschaft mit LeChuck schließen würden. Bevor ich das jetzt vergesse, erst mal Entschuldigung, ich war wieder so blöd und hab vergessen, mein E-Mail-Programm zu schließen. Aber was ich euch noch zeigen wollte, man kann hier diese neue überarbeitete Version auch ganz leicht zur alten switchen. Und zwar geht es über F10. Dann sieht das so aus, wie man es früher auch am Amiga gespielt hat. Okay. Das war dann auch schon die erste Folge, würde ich sagen. Wir haben jetzt drei Aufgaben. Wir müssen etwas aus dem Haus der Gouverneurin klauen. Wir müssen einen Schatz finden und wir müssen den Fechtmeister im Fechten besiegen. und haben uns dann, wenn wir das erledigt haben, als echter Pirat erwiesen. Und damit geht es dann einfach in der nächsten Folge weiter. Also bis dann. Wenn es wieder auf nach Mili Island geht. Arrrr! Das war's. Das war's.